Rheingolf Wir haben sicher alle gedacht, dass wir vielleicht schon nächstes Wochenende wieder Golf spielen würden. Und dann wäre auch der Rheingolf Cup losgegangen mit dem ersten Turnier im Golfclub Erftaue. Unsere Erwartungen und Hoffnungen sind enttäuscht worden. Leider, wir müssen uns weiter gedulden. Alle Turniere, die für April und Mai vorgesehen waren, haben wir zunächst einmal verschoben auf einen späteren Termin in diesem Jahr. Außerdem haben wir unser Finale verschoben von dem 3. Oktober auf Anfang November im wunderbaren Golfclub der Herkenbosche. Damit haben wir noch mehr Zeit, in einem goldenen Oktober das ein oder andere Turnier nachzuholen. Der BW Bank Rheingolf Cup hat dieses Jahr viele neue Austragungsorte, auf die wir uns natürlich freuen. Alle Informationen bekommt ihr tagesaktuell auf unserer Facebook-Seite. Natürlich steht euch auch unsere Website zur Verfügung www.rheingolf-cup.de Dort werden wir in Kürze dann den Tourschedule veröffentlichen und euch auch sagen, wann ihr euch anmelden könnt. Zunächst mal schauen wir jetzt in den Juni und hoffen, dass es dann auch wirklich klappt. Bis dahin wünsche ich uns allen, dass wir bald spielen können, trainieren können, damit wir uns vorbereiten können auf eine Turniersaison. Und auf die freue ich mich zusammen mit euch sehr. Rheingolf. More than Golf Sports.